hey hey das war's fürs Programmchat und heute sind wir bei DumbDown ich will DumbDown machen hier wir haben irgendwie Bock hier auf DumbDown irgendwie zu machen und das ganses ist auf Revit server also Prozent er konnte ich wo man dann machen kann und dadurch von Revit server nachgeschaut und dann bin ich bei Revit server und macht und dauert das ganze ist richtig nice finde ich also Musiker wie sagen das sieht so richtig nach oben mit dem Dorn um ich habe noch ein paar mal gespielt und so und um ja 10 Sekunden geht es zweiter okay komm ja alles klar okay jetzt sind wir hier bei was ist das ist eine neue Map die kenne ich noch nicht die kenne ich überhaupt gar nicht besteht das alles nur durch Gras alter wow sieht gleich sofort Leben ab alter was was alles klar okay müssen wir versuchen nicht was brauchst du mich ja was soll das loll was leckt alter ich habe noch alle warum machen die lassen sich in Ruhe hier wir können auch nichts dafür dass wir so schlecht sind also lasst uns in Ruhe bitte klar gewinne hier also sie sind sowas von schnell auf einmal ne also früher wo es rauskam oder wo wir sie erfunden haben da waren sie übelst nicht schnell ey das ist ja Wahnsinn ey geht gar nicht ey oh ja okay jetzt sind wir ach diese weg die kenne ich ja also das ist von so ne Art keine Ahnung Mario mal Mario Style glaube ich oder so und hier muss man auch sogar Punkte sammeln die Bonnen hier schon seht ihr warte diese komischen Bonnen ähm da müssen wir rauf dann kriegen wir extra Punkte wenn wir es versuchen wow ey hier kriegt man so viele Schaden das kann man nicht sehen ne ey das ist so abnormal oh man wie so sch- ey es geht doch das ist ja abnormal wie schnell sind das Hackers oder was so schnell kann auch niemals ne geht gar nie alle ja ihr genau alter guck mal hier guck mal das ist abnormal okay jetzt sind wir hier das ist hier noch schwieriger dann müssen wir versuchen ach da ist ein Bonuspunkt was das ist ja ein schlechtes Ding Alter das ist hier richtig schlecht habt ihr es gesehen what the fuck Alter wow 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 alles klar alles klar wir schaffen das schon oder nicht oder nicht ich war unten ich war unten ich wollte gerade nicht sagen ich war unten okay nochmal wir versuchen hier eben wie ähm runter zu kommen ja der Kevin guck mal das ist der Atme mal Junge okay ähm ja ich bin natürlich nichts weiter wie immer gut wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen dazu dass ihr weiß dass ihr mehr davon sehen wollt und ähm ja wie gesagt soll ich mehr davon von den Jumpdown rausbringen denn lasst einen Daumen dazu dass ihr weiß dass ihr mehr davon sehen wollt und auf wieder geschau'n Ancient Z 2019 ZI 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 ZII ZIL ZI ZII ZI 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 ZII ZI